Ich bin da müde. Ja, ich will da noch Deponia aufnehmen. Wobei, ne, ich sollte euch nicht mal packen. LOL, was ist? Ich hab... Du hast erstmal den Erfolg. Bei mir kommt... Gunther ist bei mir. Ja, ich seh's. Drück du mal. Ja, ja. Achso, ich muss selber drücken. Du hast alleine echt viel geleistet. Goldene Schaufelpreis. Aha. Ja toll, gib mir was dafür. Du Bauer. Oh, fast vergessen. Ja, was gibt es? Oh! Halt'n Schlüssel. Oh, geil! Dann gehen wir direkt in die Kanalisation. Wenn der das ist. Ne, das ist ja Geldbörse. Das muss was anderes sein. Warte mal, Geldbörse. Rostiger. Wobei, wir können's testen. Die ist nicht weit dahin. Schnell! Was? Haben doch die Rotzer gesagt, dass da so ein Schlüssel hin muss. So ein Alter. Ich bin gespannt, ob da jetzt dann das Vieh drin ist. Was immer dieses Geräusch macht. Ja. Wo war das? Ja, hier, bei mir. Da unten. Hm. Hm. Ach ja. Nein! Kann man da ernten? Heißt du so? Ach so, weil du falsch bist. Weiß gar nicht, ob ich das aufmache. Oh, das geht auf! Yo! Oh, geil! Alter, krass! Komm rein hier, Dicker! Was ist das? Wow! So, kann man da hochgehen? Ui! Aua, aua! Ein Kraftfeldblock. Der Unsicherheit. Die Statue hilft dir deinen Beruf zu ändern. Willst du ihr 10.000 G darbringen? Nee. Vor allem Unsicherheit. Was kann man da ändern? Kannst du irgendeinen Beruf ändern? Oh, hier geht's hoch. Lol, guck mal wo wir sind! Geil, wir können abkürzen! Nice! Oh, jetzt haben wir das Geheimnis schon mal gelüftet. Oh, da ist der! Ist der das? Das muss er! Ich bin ein Krobus. Hä? What the fuck? Was? Verkauft Sachen oder was? Was macht der nicht? Achso, ich kann nicht, weil du... Ich finde hier Dinge und verkaufe sie. Willst du irgendetwas kaufen? Ja, gib her, Alter. Schatten... Okay, da... Tigerforelle verkauft der. Brauchen wir die noch? Nee. Schattenei. Keine Ahnung. Zeichen des Gefäßes. Dekoration. Monsterkamin. Sternenfallfrucht. Oha. Kristallboden. Rezept. Rezepte der Rückkehr. Altert, was? 1, 2, 3, 4... 2 Millionen. Okay, kannst du selber gucken. Kann ich hier angeln? Geht das nicht? Als ob. Was beißt'n da an? Nix. Oder Müll. Wie in der Höhle. Bei mir? Okay. Weißalge? Mal kurz schauen, was der hat. Schattenessenz brauchen wir nicht. Solar. Tigerforelle brauch ich jetzt auch nicht mehr. Okay, Weißalge. Gernfallfrucht. 20.000, die gibt dir, die erhöht doch unsere Energie, wer schon mal ist. Ja, aber 20.000 ist echt krass. Und momentan kommen wir gut aus, wenn wir das richtige Essen mitnehmen. Guck mal, das letzte 2 Millionen. Krass. Er beamt dich jedes Mal nach Hause. Wie geil ist das denn? Doch, hier beißt'n Fisch. Echt? Boah. Was war das für einer? Weiß ich noch nicht. Geiler? Wer weißt du, dass der angebissen hat? Karpfen. Achso, ein Karpfen. Achso, ein Karpfen. Sonst können wir nix machen. Also, schau du mal, ob du da links hoch kannst. Eine Art Kraftfeld blockiert den Weg. Hm. Und hier, dem gebe ich keine 10.000 für irgendeinen neuen Beruf. Er weiß, was da kommt. Ich gehe aber unten. Vielleicht meint er diese Fähigkeiten, die wir haben. Und wir müssen doch immer einen Beruf auswählen. Ob wir dann Förster wollen oder was, das kann man vielleicht bei dem ändern. Okay. Ja, wenn's... Das war's. Mehr jetzt ja nicht. Kann man nicht mal hier runter. Wie? Lame. Will ich eigentlich unten den Müll weg räumen? Ja. Irgendwie hat's jetzt auch nicht gebracht. Dieses Ding. Ja, schön ist, dass wir's jetzt haben halt. Und... Sorge weniger, wie man das... Ich hab gehofft, dass da das Vieh drin ist. Ups. Hast du mal geguckt im Hof? Ne, Wintermysterium ist das nicht. Ja, das war doch schon so eine schattenhafte Figur. Ist immer noch da. Hi, Lea. Hab was für dich. Merkwürdig. So, und jetzt hab ich bei Lea zwei Geschenke. Dann kriegen wir ja ein fünftes Stern, hoff ich. Ach so, geh mal, ich geh zum Robin. Ach so, ja. Keep Robin, 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 Robin. Wir sind im... Limp Bizkit sind im Sommer oder im Herbst hier in München. Hey, Redcap. Das waren auch solche Kunden, aber... Damals war's halt... Fred Durst. Fred Durst. Stimmt. Was wollt ihr haben? Eine? Yoja Cola. Der Demetrio ist auch oben bei der Robin, der da wohnt. Aber es gibt halt nur 75G. Nee. Ja, und wie kostet die 50? Ja, aber mach's ruhig. Du kriegst ja dadurch wieder Punkte bei ihm. Ich war jetzt nur zu vollem. Wenn ich Kohlab mache, ich kaufe jetzt da keine eine. Nee, nee, wir haben doch genug noch, oder? Weiß ich nicht. Doch, dicke. Wir haben doch die immer aufbewahrt. Sinnloserweise irgendwie. Aber ich hab beim letzten Mal vieles in die Recyclingmaschine getan. Aber doch nicht das. Doch, weil das ja auch als Müll gilt. So. Ein Stall. Als ob jetzt nicht genug, bringen wir bitte noch Holz mit. Warte. 200, also am besten vielleicht alles, ich weiß nicht genau, wie viel drin war. Hab ich das echt verjessen, ey. 250. Nur hast du noch was? Nee, nur das Holz brauche ich. Ich will aber jetzt hier warten, bevor die wieder abpowert, die alte. Halt? Wann hat die zu? Nee, nee, die ist jetzt dahinter. Ich block die halt, wenn die rausgehen will. Na gut, aber ich komm vielleicht trotzdem nicht mehr rein. Nein, ich block die hier am Tresen direkt. Ja, aber wenn ich nicht mehr reinkomme, weil zu ist der Laden, bringt das auch nichts. Das schaffst du doch. Ich weiß nicht, ob es 16 Uhr Schluss ist. Ja, sehr schön. Gib mal schnell. Holz. Achso, am besten du wirfst es hin. Ja, das ist ein Stück. Nee. Gut, ging. Hast du es aufgehoben? Aufgehoben. Das ist eine Freude. Wollte ich noch eins hinschmeißen? Oh, ich kann nicht rein hier oben. Bauen. So. Wo wollen wir das denn hinbauen? Direkt neben das Hühner-Ding, hä? Ja, vielleicht ein bisschen, weil die brauchen bestimmt Auslauf, die Viecher. Gibt dir ein bisschen Raum. Ja, ich setze den direkt daneben hoch, aber die Tür ist, da kriegt man noch genug Platz hin. Hörger? Wie мет dieử. Okay, ja morgen früh fängst du an und diesmal bitte schneller als nur fünf Tage. Das dauert immer ewig, Breiter. Ach ja! Echt mal. Ich kann nochmal den Demetrius mitnehmen. Und wer wohnt hier oben noch? Hallo, mit mir. Manu, Maro. Na echt mal, ihr habt doch voll die fette BG. BG, das sind die Kinder von denen. Egal, die können ja auch mal mithelfen. So, jetzt haben wir direkt dem nochmal das Geschenk gegeben hier. Jetzt müsste ich bei dem auch zwei haben. Sehr schön. Wir müssen einfach hier ein bisschen auch mehr auf die Leute eingehen. Ressort 5000 und 10.000. Wenn wir das, na, das können wir jetzt gar nicht mehr machen. Aber dann fehlt nur noch 25. Achso. Wir brauchen 40.000, dann können wir das Ressort und dann geht der Bus. Ich bin gespannt, wo der Bus hingeht. Geil. Bus bauen. Lachsbeere, da hast du eine vergessen hier irgendwo. Ja, das ist ein Insider. Und lieber Bus bauen. Oh, Pilze. Morchel, aber wieder hier alles, das wir schon haben, glaube ich. Ja. Aus dem Blauen bräuchte ich. Violetten. Ja. Den bräuchten wir. Im Bau. Ja. Ist klar. Das ist was. Das kam jetzt genau, wie ich abgeholzen hab. Ne? Mit jedem Schlag. Gras. Gras. So, Pilze. Pilz, Pilz, Pilz. Weißelge. Die Öfen, ja, das stimmt. Öfen, Öfen. Ich hab 30 von diesen Bären, die verkaufe ich jetzt alle. Ja, aber. Oh. Das ist noch ein Karpf mit einem Stern. Der kommt jetzt alle rein. Ja, den hab ich ja gar nicht reingetan. Ja, ich hab normalen, fürs Essen reicht ja normal aus. Kannst du aber weg, wir, also kannst alles, was da drin ist. Nein, nicht immer so viel. Und die bringen eh nicht immer so viel. Nicht immer alles, aufheben. Doch. Aufheben. Ja, eindeutig. So, haben wir noch ein Tor? Ja, Tor haben wir. Zaun auch noch. Ja, ich würd schon mal das Gatter drumherum bauen. Oh, Fernsehen, stimmt. Also anfangen. Wobei. Wiederholung. Radieschensalat. Ah, ich hab's doch gelernt. Radieschensalat. Ja, doch, ich doch. Warum steht da Wiederholung? Ich dachte, Wiederholung heißt, dass es für mich auch Wiederholung ist. Ne, das heißt, die Sendung ist die Wiederholung. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir die Hauptausstrahlung geguckt und gelernt haben. Know what I mean? Aberkuchen. Ja. Radieschensalat. Öl, Essig, Radieschen. 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 Matrosenteller. Alter, das gibt dir dreimal, drei plus beim Fischen. Das ist, glaube ich, das, was ich essen muss. Weil er hat doch gesagt, wenn ich den ultimativen Fisch fangen muss, will, muss ich was Gutes essen. Das ist das bestimmt. Brauche ich zwei Sardine- und Kartoffelpuffer. So, guck mal, ich habe jetzt schon das Gatter gebaut hier. Haha. Ich denke, das ist ganz okay so. Ich kann ja auch direkt den Weg noch gerade einsetzen. Jawohl, reicht. Wie viel Heuer haben wir eigentlich? Aber jetzt gibt's... Und dann neu. Gibt man noch. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo die Tür ist. Ich glaube, die ist dann auch hier gewesen. Es kann sein, dass wir es nochmal verlegen müssen, dann den Eingang hier. Alles umbauen. Ja, weil wenn du das setzt, siehst du anhand so kleiner Symbole, wo dann die Tür ist und wo dann das Gatter ist, wo die rauskommt durch den Stall. Also das Stalltür. Dörer. Dauert. Äh, das und das. Das brauche ich nicht. Kommt da rein. Ja, vor allem hier, weißt du, äh, dieser Kompott, ne? Das ist schon seit, keine Ahnung, vier Nächten da drin. Ja, das muss schön gehen. Ja, geht auch anders. Ja, warte. Ja, warte. Ja, wird es in kurzer Part. Wie warst du noch? Ja, das ist schon bei 13 Minuten, aber dann haben wir auch jetzt danach. Oder warte. Da wurde noch was gedroppt unten. Ah, nee, es ist fertig, oder? Jetzt ist er fertig, der Kompott. Nice. Ja. Gelee, Lachsbeere. Haben wir schon zwei. Gelee, GG. Voll doof. Winch. Frisch, frisch. Frisch, frisch. Boah, ich freu mich auch schon auf mein Bett heute, Juni. Ja, ich bin auch nicht. Ja, ich war vorhin noch mit dem Sport. Sport. Voll. 100, nicht mal 200. Richtig mager. Ja, shit, Leute. So, ja, wir müssen mal raus. Danke, bis hierhin. Boah, alles voller Pastinaken hier, Alter. Bis zur nächsten Session. Naja, bringt ja nichts, ne? Die sind ja weg, wenn wir die jetzt auch sammeln. Stimmt auch. Vielleicht, wenn ich jetzt zweimal Gold dabei habe, dann habe ich schon mal. Dann muss beim nächsten Mal ja nicht auch so sein. Mach du mal. Mir stimmt. Handy kann man immer speichern. Das ist geil. Ja, das stimmt. Ich hatte gar keine goldene dabei. LOL. Ich habe auch nur ein Gold von 20. Naja. Ist schon ein bisschen. Wird sich hinziehen, das, ne? Zumal war gerade mal nur die... Ja, das geht nicht anders. Na gut. Das hat sich gespeichert. Tschüss. Genau, beim nächsten Mal checken wir das aus. Das war's dann. Hau drin bis dahin.